hallo ihr lieben ich will euch heute mal ein wenig vom diamond painting zeigen ich habe mich bewusst für so ein ganz kleines projekt entschieden und das einfach weil ich euch nicht antun will ein riesen bild zu zeigen und das würde einfach ewig brauchen ich habe selbst für das kleine wirklich schon relativ lange gebraucht also lange ist jetzt immer so relativ aber man hätte jetzt gedacht okay das kleine ist irgendwie innerhalb von zehn minuten fertig nein war es nicht aber man lässt sich ja auch diamond painting heißt einfach ob man entspannt damit so ein bisschen ich habe wie immer dann mein hörbuch angemacht dabei und das macht halt irgendwo so ein bisschen dann wo wo man entspannter wird man kann sich musik anmachen und 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 ich habe auch wesentlich größere bilder da bin aber aktuell wenig dazu gekommen das große bild zu machen deswegen habe ich mich dazu entschieden eben diese kleinen bilder zu machen und habe jetzt auch nur eins gemacht einfach weil ich erstens die zeit nicht hatte das ganze weiterzumachen und ich für mich das einfach wirklich dann mache wenn es für mich halt passt und ich es euch einfach auch zeigen will das so ein bisschen ich weiß dass das viele schon gemacht haben die so ein bisschen gezeigt haben wie funktioniert das sind jetzt kleine das läuft unter untersetzer das heißt da ist also dass einmal dieser untersetzer selber und dann kann man unten drunter noch mal eine kork schicht ran kleben damit es halt als ein untersetzer ganz gut funktioniert und dann gibt es eben für jede farbe die es dort gibt ein tütchen und da habe ich jetzt so ein bisschen dann für mich geschaut wie es am besten mache ich habe immer so viel reingemacht dass es halt ganz gut passt von den steinchen her das ist das kleine wachsstück das ist meistens als starter kit bei fast allen bildern egal von welchem anbieter man hat immer da mit dabei ähnlich mit dem stift den stift stupst man eben in diesen wachs rein und dann nimmt man den das steinchen was halt mit der glänzenden oberfläche nach oben zeigt und klebt das damit dann drauf und ich finde es ganz angenehm wenn es so kleines erstens waren es jetzt runde steinchen was halt auch sehr angenehm ist man muss nicht schauen sitzt dieser quadratische stein halt dementsprechend auch gerade und weil das habe ich bei dem größeren bild das größere bild kann ich ja schon mal vorweg nehmen ich habe zwar auch angefangen mit zu filmen aber wie gesagt dauert so lange und ich habe es jetzt schon so lange leider nicht mehr gemacht und das war ein individuelles bild das heißt ich habe ein bild dort an den anbieter geschickt und habe gesagt macht mir das bitte in der und der größe und da sind ganz viele steinchen mit bei ganz viele symbole und zuerst wirkt es so ein bisschen pixel aber wenn es dann wirklich mehr mehr die steine dann auch zukommen dann wirkt das wirklich schön und genau da ist jetzt wie ihr seht so eine durchsichtige folie drauf ich habe dann so ein bisschen diesen wachs drauf gelegt damit mir die folie nicht immer zu schön rückschnappt und ich wollte die folie nicht gleich von anfang an weg ziehen weil natürlich man kommt mit den händen man kommt ran man kommt mit dem stift vielleicht dran man also irgendwas passiert meistens immer und dementsprechend habe ich halt immer nur stück für stück dann gemacht und genau dementsprechend war das für mich einfach mal was unglaublich schönes entspanntes ich hoffe ihr nehmt mir meinen schmutzigen tisch nicht übel ich ja ich muss mir etwas einfallen lassen ich habe nämlich zu anfang wo ich angefangen habe zu basteln leider nicht darauf geachtet eine unterlage hinzulegen und gerade so die epoxi tatsachen die farben und so ja es geht leider nicht mehr ab leider leider ich muss mir was einfach lassen ich weiß noch nicht was ich mache aber irgendwas wird mir einfallen zur not kommt eine normale klebefolie oben drüber aber eigentlich bin ich da kein fan von und mein tisch muss ich dazu sagen hat runde ecken das heißt das macht es mit so einer klebefolie auch nicht leichter aber gut was soll es ja wer sich zum beispiel damen painting holt das set zum beispiel habe ich beim großen arme gekauft und keine werbung kann nichts kann gar nichts alles selbst gekauft was ich sowieso generell bei allen habe bei allen sachen die ich euch zeige ich kaufe alles selber ich bezahle alles selber und sollte das mal nicht der fall sein was ich aber nicht so in naher zukunft sehr dann würde ich euch das selbstverständlich sagen wird euch aber unabhängig davon und ich weiß das sagen eigentlich alle immer aber sagen wenn mir was nicht gefällt und aber das hatte ich jetzt bei auch bei sets wenn ich ja test test wie sieht es aus wie funktionieren bestimmte sets habe ich eben auch immer dazu gesagt das fand ich jetzt nicht so gut es gab allerdings auch sets die ich zum beispiel ich hatte die bei der firma raya zum beispiel gekauft ich fand die sets so grottig damals dass ich die gar nicht überhaupt gezeigt habe weil ich einfach ich hätte gar nicht gewusst was ich euch zeigen soll weil das einfach so schlimm für mich selber war weil das da waren nicht mal ein ergebnis irgendwo dann da und dementsprechend habe ich es dann natürlich nicht gemacht habe die firma aber angeschrieben hat gesagt ganz schlechte anleitung auch gewesen und habe ich auch bei anderen sets gehabt wo ich dann gesagt habe die anleitung wäre schön wenn dann die überarbeiten würdet und dementsprechend habe ich dann das hingeschrieben die haben gesagt ja sorry und haben zum teil auch gesagt die sets werden sowieso nicht mehr nach produziert das heißt die sind dann raus aus dem sortiment und ja das waren damals so weihnachtssets ich glaube da hatte ich irgendwie vor zwei jahren glaube ich hatte ich dann mal so mehrere videos zu so ein weihnachtsbastelsets hochgeladen und ja wie gesagt ich versuchte einfach immer nett höflich respektvoll einfach auch zu sagen das war es für mich nicht das ist mir schwer gefallen zum beispiel und dadurch überhaupt nicht böse gemein sondern einfach nur weil es echt schwierig manchmal ist und gerade für mich also ich bin ja eh wer mich schon ein bisschen länger verfolgt ich bin ein grobmotorischer mensch fällt mir sehr sehr schwer ist wie beim sport wenn die mir erzählen irgendwie ja mit den beiden musst du so mit den armen musst du so wo ich sage können wir uns erst mal auf eins konzentrieren und genau also dadurch ist das immer nicht so einfach und eigentlich will ich euch ja immer sachen zeigen die wie sie am besten funktionieren können beziehungsweise sind die sachen so einfach zu machen wie es immer dargestellt wird oder ist es einfach total doof also für mich und wie gesagt ich bin kein profi ich werde auch kein profi glaube ich werden aber ich liebe es halt die sachen auszuprobieren und es gibt einfach techniken die ich auch unglaublich gerne mache und genau ansonsten hier bei dem set ist jetzt eben halt auch manchmal dass ich manche sachen nicht sofort gesehen habe dass da irgendwie noch von einer farbe noch was gemacht werden muss das liegt aber ein stück weit an mir das liegt an meinen augen meine augen sind nicht die besten und dementsprechend ist das dann natürlich schade aber dann habe ich einfach das tütchen wieder aufgemacht und alles war gut und ich mag das set also ich kann es schon vorausnehmen ich mag das set wirklich gerne ich mag die bilder ich mag wenn da farben sind und es ist halt mal was anderes es ist nicht wie das normale diamond painting so auf dem bild zu malen sondern eben wirklich das ganze auf eine kleine oberfläche zu machen und ja ich finde hat sich auch wirklich gut gemacht und ja während ich jetzt hier noch paint wie sich das schimpft ja mein kanal ich liebe ich freue mich immer sehr dass da über 500 abonnenten mittlerweile auch da sind viele sind unterschiedlich gekommen mal sind sie über die videos gekommen über das basteln über die musik videos über short videos im moment auch relativ viel zum teil sehe ich es für mich ist es sehr schön dass ihr kommt und ich danke euch sehr freue mich über jeden einzelnen da es aber auch für mich mache für mich als hobby für mich als erinnerung schaffen freue ich mich natürlich auch dass auch andere das sehen möchten oder sich zumindest die zeit nehmen und meine videos schauen ich bin kein profi ich habe leider auch nicht die zeit so aufwendige videos zu machen wie zum beispiel andere und gerade deswegen freue ich mich noch viel mehr wenn dann eben auch die abonnenten da sind und ich hoffe auch bleiben manchmal sieht man dann irgendwie dann war man irgendwie ich war dann schon mal bei 547 abonnenten jetzt bin ich bei 545 und bin natürlich auch traurig weil ich natürlich manchmal gar nicht weiß warum geht jetzt einer und dadurch ist das natürlich schade aber was soll's man kann es nicht ändern man kann es auch nicht allen recht machen und ich bin aber anscheinend groß genug dass es gab schon ein zwei drei beleidigungen unter einem video die ich wie bereits auch schon vor einer weile angekündigt in einem extra video sofort wenn ich sie sehe lösche und je nachdem wie die beleidigung ausgefallen ist oder wie der kommentar ausgefallen das melde ich es auch und aber das ist halt wie gesagt ich reagiere dann einfach nur und macht den kommentar weg und mehr aber auch nicht und genau und ja ich lade in der regel sonntags um 12 mein bastel video hoch ich habe es auch glaube ich fast durchgängig durchgezogen bisher seit einer ganz langen zeit dass ich das immer gut mache da jetzt auch ein rhythmus zu haben und ja und um 16 uhr ebenfalls auf dem sonntag habe ich dann das musikvideo ich gehe öfter mal weg zu live bands und die filme ich dann und da wird in der regel dann einmal der komplette auftritt je nachdem wie gut die möglichkeit war zum film lade ich dann hoch und je nachdem dann sonntags eben auch einzelne lieder jeweils weil nicht jeder möchte immer den kompletten auftritt sehen und so lade ich halt so nach und nach immer mal alle videos dann hoch von einzelnen liedern und ja ansonsten versuche ich aktuell mehr oder weniger täglich ein short video hochzuladen ich habe im moment echt spaß an naturvideos auch weil die natur der frühling gerade so schön das ganze belebt das ganze wieder grün wird und durch ja leider diesen regen der zwar nötig ist aber natürlich selber draußen ist immer schwierig einfach auch die natur so viel das ganze halt auch wieder auffrischt und ja also so ist die sache ich freue mich natürlich über jeden kommentar der kommt und zum beispiel wenn man sagt ich hätte gerne probier doch mal das aus oder wenn jemandem was gefällt oder vielleicht auch was nicht verstanden hat was ich vielleicht noch mal machen soll schreibt mir das gerne in die kommentare ich freue mich sehr drüber und versuche es natürlich auch umzusetzen und ansonsten ein abo freue ich mich ein daumen nach oben freue ich mich und dementsprechend sage ich euch auf jeden fall total großen dank dass ihr überhaupt da seid und auch wenn das video heute so ein bisschen ruhiger ist also wo nicht so viel jetzt zu sehen war aber ich dachte mir vielleicht wollte das ja trotzdem sehen und wie gesagt ich kann es empfehlen ich mag es ich mag generell überhaupt das diamond painting ich werde auch noch mal mal nach zahlen noch mal ausprobieren und weil das einfach so sachen sind wo man einfach ganz kurz mal zur ruhe finden darf und ich glaube das ist in der heutigen zeit wo so viel stress auch ist dass das komplett in ordnung ist ja und hier seht ihr mein bildchen was fertig ist es glitzert so schön ich lieb's und dementsprechend freue ich mich da sehr drüber also es liegt hier auch noch ich habe mehrere untersetzer durch epoxid und allem drum und dran und dadurch gibt es natürlich mehrere untersetzer die ich nutzen darf und kann ich hatte jetzt auch schon überlegt ob ich die bilder vielleicht nicht sogar ins epoxidharz eingieße damit die so ein bisschen fällt auch besser zur geltung kommen mir vielleicht die steinchen nicht irgendwann abfallen und ja und hier klebe ich jetzt diesen cork untersetzer mit dran weil ich glaube auch dass es für den tisch immer ganz gut wenn man sich das damit nicht zum beispiel zerkratzt oder ähnliches und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen sonntag ich freue mich dass ihr geschaut habt und hoffe ihr seid nächste woche wieder da und mal sehen was ich dann hochlade und ja dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder bis dann bis dann